Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Hinter uns befindet sich der Eingang zum Gruger Park in Essen, denn hier findet aktuell das Parkleuchten statt. Und dieses Event wollen wir euch in diesem Video einmal vorstellen. Wir sind jetzt drin in der Gruger. Bevor es jetzt mit ein paar Impressionen losgeht, vielleicht noch ein paar Informationen für euch zur Veranstaltung hier. Das Parkleuchten 20 und 23 findet bis zum 26. Februar für euch statt. Der Eintrittspreis kostet 7 Euro, für Kinder liegt er bei 2,50 Euro. Das Event beginnt täglich um 16 Uhr. Von Sonntag bis Donnerstag ist der Park dann bis 21 Uhr geöffnet und von Freitag bis Samstag bis 22 Uhr. Ihr seht jetzt die ersten Impressionen. Für uns ist es auch der erste Besuch. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und wünschen euch, wie gesagt, viel Spaß mit dem Video. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und wünschen euch, wie gesagt, viel Spaß mit dem Video. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und wünschen euch. Wir melden uns jetzt auch mal zwischendrin wieder bei euch zu Wort. Denn auch für euer leibliches Wohl ist hier natürlich gesorgt. Von Bratwurst in Brötchen über Brezel bis hin zu Spanferkel ist kulinarisch eigentlich alles geboten. Die obligatorische Currywurst darf natürlich auch nicht fehlen. Zum Aufwärmen gibt es einen leckeren Glühwein hier. Wir werden uns jetzt auch eine Kleinigkeit schmecken lassen und danach geht es dann hier weiter auf den Rundweg. Wir werden uns jetzt auch in der Rundweg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020